Hallo liebe Akada Club Freunde, heute ein etwas komisches Video, wie ich für selber finde. Ich möchte euch nämlich einen Rasenmäher-Roboter vorstellen von der Firma Segway und normalerweise stelle ich hier keine Produkte im Club vor, zeige euch eher, was mit Software so alles zu machen ist, aber dennoch möchte ich euch diesen Mäh-Roboter vorstellen, denn damit verbinde ich etwas Besonderes und dazu komme ich jetzt. Ganz kurz der Hinweis, das Produkt wird nicht vom Hersteller hier dem Club gestellt, es ist selber angeschafft worden, also es ist kein Sponsoring oder irgendwas in der Art, sondern meine objektive und ehrliche Meinung. Und warum finde ich das Video jetzt für mich so besonders? Weil ich mit der Firma Segway eine ganze Menge zu tun habe. Denn nachdem ich bei der Computer Build im Axel-Springer-Verlag gearbeitet habe, habe ich mich selbstständig gemacht. Und zwar indem ich Segway-Touren angeboten habe. Damals haben Carsten Dirks und ich, Sie kennen viele aus der Raketensendung, mich zusammengetan und Segway gegründet, Segway-City-Tour Deutschland und wir haben die Geräte zum ersten Mal aus den USA nach Deutschland geholt und mit dem Verkehrsministerium vier Jahre lang hier an der Straßenzulassung gearbeitet. Also Segway beschäftigt mich sehr lange schon und 15 Jahre lang haben wir die Segway-City-Touren in Berlin, in Hamburg, an der Ostsee, in Lübeck und in Frankfurt angeboten. Vielleicht ist der eine oder andere ja sogar mit uns gefahren. Damals bin ich noch selber mitgefahren, war ich der Guide und habe unseren Gästen die Stadt erzählt. Dazu wurde schon ein eigenes Computersystem entwickelt mit Funkübertragung auf jeden der Segways. Da waren dann kleine Lautsprecher, sodass man auch alles gut verstehen konnte. Also ihr merkt, mit der Firma Segway verbindet mich einiges. Und die Firma Segway hat in den USA eine Menge Patente gehabt. Und es gab irgendwann einen chinesischen Hersteller, der hat gesagt, ach, das können wir auch nachbauen, billiger und günstiger. Und dann haben sie die Ninebots auf den Markt gebracht und damit eine Menge Patente verletzt, die Segway hatte. Und dann ging das los, was üblicherweise zwischen zwei solchen Konzernen passiert, wenn einer meint, er könnte dann auch den Weltmarkt betreten. Man verklagt sich. Und genau das hat Segway getan, hat die Firma Ninebot dann verklagt, wegen Verletzung von Patenten. Und dann hat der chinesische Hersteller gesagt, um welche Summe geht es da eigentlich? Und was kostet eigentlich Segway? Und hat dann kurzerhand beschlossen, Segway zu kaufen. Und damit war Segway kein amerikanisches Unternehmen mehr, sondern ging in diese chinesische Firma über. Und die haben den Namen Segway dann gerne genutzt, weil Segway für eine gute Qualität stand. Und ja, haben sie auf alle ihre Produkte geklatscht und dann den eigentlichen Segway eingestellt. Und das war euer Todesstoß für mein Unternehmen, denn wir bekamen keine Ersatzteile mehr und auch keine Segways mehr und haben dann entschlossen, das 3D-Trackart-Museum in Hamburg zu machen. Aber das nur so am Rande. Ihr merkt aber, da ist so ein bisschen mein Werdegang mit drin. Und umso kritischer bin ich, wenn plötzlich ein Segway-Rasenmäher-Roboter auftaucht. Und ich habe hier wirklich etliche Rasenmäher-Roboter getestet, die alle versagt haben. Und das aus unterschiedlichen Gründen. A, habe ich ein sehr schwieriges Grundstück und Maulwürfe sind hier auch öfter zu sehen. Also alles so Dinge, die so ein Rasenmäher-Roboter nicht mag, wenn er nicht eine bestimmte Intelligenz verbaut hat. Die Roboter, die ich vorher hatte, sind in diese Maulwurfshügel alle reingefahren, stecken geblieben. Dann ist der Rasen hier sehr uneben. Da haben sich viele der Rasenmäher-Roboter eingegraben, indem sie sich einfach mit den Rädern versucht haben zu befreien, aber dafür gesorgt haben, dass das Rad sich immer tiefer in den Rasen reinfrisst. Und letztendlich waren alle Produkte Käse, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe sie auch alle zurückgeschickt, weil sie nach zwei Jahren versagten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da kann man über Amazon nicht meckern. Die haben die Geräte auch alle nach zwei Jahren noch zurückgenommen. Die waren noch in der Garantieabdeckung und funktionierten halt nicht mehr. Und damit war dann das klar, dass da entweder ein Ersatz kommt oder Amazon macht es halt so, das ganze Produkt ersetzt wird. Gut, nichtsdestotrotz, am Ende hatte ich keinen Rasenmäher-Roboter. Und eigentlich könnte ich das bisschen rasen, sind hier so 250 Quadratmeter auch selber mähen. Aber mich fasziniert die Technologie. Und dann kamen in den letzten Jahren immer mehr Roboter auf den Markt, die ohne diesen Begrenzungsdraht arbeiten. Den musste man früher immer einbuddeln. Das war auch nervig, wenn nämlich so ein Maulwurf da irgendwie den rausgehoben hat und der Rasenmäher beim nächsten Mal da drüber gefahren ist. Dann hat er den auch zerstört. Und dann war so ein Kabel durch. Und dann musste man suchen, wo ist die Stelle und es flicken. Also so toll fand ich das nicht. Und jetzt kommt Segway mit so einem Rasen-Roboter. Hier seht ihr den Hintergrund für 999 Euro, der ohne Begrenzungsdraht arbeitet. Und da war ich doch sehr neugierig und habe mich gewundert, dass Segway tatsächlich mittlerweile Rasenmäher-Roboter macht. Na gut, also zwiegespalten. Meine Einstellung zu dem Chinesen, der dahinter steckt, der Segway als Marke benutzt. Aber trotzdem, ich kenne die Segway-Produkte. Habe ich gedacht, bestelle ich mal. Und was soll ich sagen? Ich bin total begeistert. Es ist einer der besten Mäh-Roboter, die ich je hatte. Und ich muss wirklich sagen, alles machen die richtig, was die anderen falsch machen. Erstaunlich. Fasziniert mich wirklich. Zum einen, die Einrichtung des Roboters ist super einfach. Alles wird auf der App in deutscher Sprache erklärt. Sogar mit Bildern. Also, wie man die Antenne aufzustellen hat. Wie man die Kabel miteinander verbindet. Ja, ich habe richtig gehört, man braucht eine kleine Antenne. Die steht neben der Ladestation oder ein bisschen davon entfernt. Ein Verlängerungskabel, schön lang, ist auch dabei. Ihr braucht nämlich eine gute Sicht zu Satelliten, zu GPS-Satelliten. Denn das Ganze, wenn es ohne Draht funktioniert, funktioniert über die Ortung per GPS-Satellit. Und auf der Antenne ist auch nochmal so ein kleines Funksystem, mit dem er sich orientiert. Und das ist wirklich super erstaunlich, wie gut das arbeitet. Denn anders als alle Roboter, die ich bislang hatte, fährt dieser Segway-Roboter in Bahnen den Garten ab. Und nicht chaotisch. Das machen ja viele, die fahren einfach kreuz und quer, wie so die ersten Staubsack-Roboter, durch die Gegend und hoffen, dass sie immer das Stück Rasen auch mal treffen, was noch nicht gemäht worden ist. Und der Segway-Roboter, der geht da systematischer vor und fährt halt in Bahn. Und auch da hat man den Nachteil, dass wenn man immer die gleiche Bahn fährt, irgendwann, ja, so ein Muster hat wie beim Fußballplatz, schöne Streifen auf dem Rasen hat. Das ist natürlich auch nicht so toll. Aber auch hier hat sich Segway was einfallen lassen, denn bei jedem Mähvorgang dreht sich das gesamte Feld, auf dem er mäht, um ein paar Grad, sodass er ständig andere Diagonalen wählt und dadurch eben kein Muster auf dem Rasen entsteht. Und ich muss sagen, er ist jetzt hier zwei Wochen im Einsatz. Absolut perfekt, wie er die Bahnen abfährt. Das ist wirklich erstaunlich, wie er da sich wendet. Und das auf so einer unebenen Rasenfläche und dann immer wieder diese Linie trifft, auf der er weitermähen muss. Wirklich toll. Und was mich absolut begeistert, er hat vorne eine Kamera und er kennt tatsächlich Hindernisse. Er donnert hier nicht gegen irgendwelche Gartenmöbel, die da rumstehen, was bislang alle anderen Roboter gemacht haben. Und das ist ein bisschen unschön, wenn man da im Garten sitzt und dann donnert immer plötzlich so ein Gerät vor so einem Gartenmöbelstück. Und er ist super leise. Also man kann tatsächlich im Garten sitzen und ihn mähen lassen. Und er hat in der Kamera eben eine KI, die auch erkennt, wenn er ein Ball ist. Oder wir haben hier auch Igel, eben solche Tiere rumlaufen. Katzen zum Beispiel auch. Oder die Mauerwursthügel, in die bislang jeder andere Rasenmäherroboter von mir reingefahren ist. Die erkennt er auch und umfährt die. Und zusätzlich kann man noch Sperrzonen eingeben. Und das funktioniert jetzt wirklich toll. Wir können mal auf der Seite hier so ein bisschen nach unten gehen. Hier wird das so ein bisschen erklärt, wie er das A mit der Kamera da auch erkennt. Er hält immer den Funkkontakt zu seinem Antennensystem, was er da stehen hat. Und er kennt so den Garten quasi dreidimensional. Das klappt wirklich ganz interessant. Die Kartierung ist auch sehr interessant. Das iPhone benutzt man wie so eine Fernbedienung und fährt einmal den gesamten Garten entlang und kann dann quasi damit die Karte zeichnen. Super einfach, super intuitiv gemacht. Ganz toll. Und es gibt sogar ein Radiergummi, da kann man draufklicken. Und dann fährt er rückwärts und löscht die bereits gemalte Karte. Toll gemacht. Und er kennt auch Rasenkanten. Mit so einer KI-Unterstützung kann er erkennen zwischen Rasen und Gehwegplatten, dass er genau auf dieser Kante halt fährt. Was ich aber nicht habe. Ich habe keine solche Kante. Ganz im Gegenteil. Mein Rasen endet in einer Wiese. Und ja, da gibt es nichts zum Orientieren. Aber das ist überhaupt kein Problem. Man sieht es hier, man fährt eben hier die Begrenzung einmal mit ihm ab. Geht so, 20 Minuten braucht man dafür. Dann ist es fertig. Und dann hat man diese Karte tatsächlich im System. Ganz toll. Funktioniert wirklich super. Und wie gesagt, hier diese Bahn, die er abfährt, das macht er auch super präzise. Lässt da keine, ist hier ein bisschen anders dargestellt, als ob da Lücken dazwischen sind. Ist aber nicht. Und er erkennt verschiedene Hindernisse. Die sind da eingebaut in dieser KI. Übrigens gibt es auch ständig Updates über die App. Das ist auch jetzt mehrfach passiert. Also da wird noch kräftig weiterentwickelt. Was ich immer toll finde, wenn es Updates gibt. Und auf dem iPhone kann man die gesamte Karte auch sehen. Während er mäht, sieht man die Zonen, die er abfährt. Und wenn der Akku leer ist, fährt er zurück zur Ladestation. Und auch hier dockt er sauber ein. Und das war auch in Manko der letzten Rasenmäher-Roboter, die ich alle hatte. Dieser blöde Kontakt, um an die Ladestation zu fahren, das ging manchmal schief. Und dann fuhr der Roboter noch eine Runde durch den Garten, um wieder Anlauf zu nehmen auf die Ladestation. Und nach dem zweiten Versuch, wenn es nicht klappte, war dann der Akku leer. Und dann war auch nicht mehr eine Ladestation. Und das ist natürlich super doof alles. Und hier ist das System ganz toll. Hier ist nämlich unten so ein, ja, fast wie so eine Art Buchse, in die er reinfährt und trifft das einfach auch perfekt. Und fährt da auch schön vorwärts rein. Also bislang hervorragend, wie das funktioniert. Gibt auch eine schöne Garage noch dafür. Ja, und er hat auch eine Lampe, kann auch nachts mähen. Und damit die Kamera was sieht, eben noch einen Scheinwerfer drin, den man einschalten kann. Nun sollte man nachts wegen der Tiere vielleicht nicht unbedingt, also Igel zum Beispiel, nicht mähen. Das kann man aber alles einstellen. Wann man mähen möchte. Und auch das Ganze, an welchen Tagen, zu welchen Uhrzeiten gemäht werden soll, kann eingestellt werden. Wirklich alles richtig gemacht, was man wirklich richtig machen sollte. Und da können sich die anderen Hersteller gerade zu dem Preis einiges abgucken. 500 Quadratmeter wird angegeben, mäht er. Und man kann auch mehrere Zonen definieren, was ich auch bei kaum einem Orbiter festgestellt habe. Also wenn ihr noch irgendwo ein Gartenstück habt und einen Zuweg dahin habt, könnt ihr ihm den Zuweg quasi auch einzeichnen in die Karte und dann fährt er in die zweite Zone eures Gartens. Bei mir geht das nicht so ganz, weil da eine Erhebung ist. Ich müsste einmal über die ganze Straße fahren. Aber den Gag erlaube ich mir noch, das auch zu versuchen, ob das auch klappt. Mal schauen. Da werde ich dann drüber berichten. Ja, und hier ist dieses komische EFL-S 2.0, Exact Fusion Location System, tatsächlich eben so eine Antenne, die ermöglicht, dass er da wirklich präzise fährt. Da war ich ein bisschen skeptisch, weil gerade in Bahnen fahren ja wirklich voraussetzt, dass man die Bahn auch immer wieder trifft. Aber das ist wirklich faszinierend, wie sie das hinbekommen. Und wenn man dieses Gedreh sieht, um die Bahn wieder anzufahren, was halt auch rumwackelt und wie die Reifen so ein bisschen im Rasen ungleichmäßig laufen, aber am Ende hat er die Bahn wieder getroffen und fährt da lang. Also meine Begeisterung ist wirklich riesig. Na, und dann erkennt er halt hier auch andere Sachen über die Kamera. Wenn das Satellitensignal mal schwach ist, dann versucht er sich an Sachen zu orientieren über die Kamera. Also auch sehr lustig, dass das da eingebaut ist. Wie gesagt, diese Kartensoftware, alles in deutscher Sprache, alles super verständlich, eine super App, wie ich finde. Große Schaltflächen, toll erklärt, alles übersichtlich gestaltet. Also ich kann da wirklich nicht meckern und will es auch nicht, weil er fährt wirklich als erster Roboter einwandfrei hier über meinen Rasen. Und er ist bislang nicht einmal hängen geblieben. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Hier nochmal, wie er die Kanten abfährt. Ja, wenn er da so eine Terrasse erkennt, dann kann er da wirklich sehr mittig drüber fahren oder eben so dran vorbeifahren, je nachdem, wie man das haben möchte. Wie gesagt, das ist, hier sind nochmal die Abschnitte. Wenn ihr also da so einen Zuweg habt, dann könnt ihr ihn auch auf den anderen Rasen fahren lassen. Also auch das ist möglich, bis zu so einer Fläche zum Beispiel hier oben. Das ist also auch sehr lustig, wie man dann auch die einzelnen Zeiten eingeben kann, dass er da dann hinfährt. Also das ist wirklich alles durchdacht. Und ein wirklich für den Preis unfassbar gutes Produkt. Wer also das ausprobieren will, ihr habt ja ein Rückgaberecht. Hier sind übrigens diese Objekte, die ihr alle kennt. Und Katzen und solche Sachen, Tore, Grill und alles, was so auf dem Rasen stehen. Könnt ihr selbst so kleine Rasenlämpchen oder Sprenger, die da vielleicht sind, erkennt er. Also das ist schon toll gemacht. So eine Picknickdecke, falls man das mal macht. Kann ja sein. Die Kinder spielen da irgendwie mit Spielzeug. Man hat eine Decke da liegen. Dann fährt er da auch nicht drüber. Also wirklich, ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist wirklich toll. Ja, gut. Hier nochmal die Software. Die sieht man auch, wie schön die gemacht ist. Auch da wieder, muss ich ganz ehrlich sagen, eine richtig gute App. Alles richtig gemacht, was man von so einer iPhone-App erwartet. Schaut euch mal die schönen großen Schaltflächen an. Wie ihr auch hier toll anzeigt, wie viel Quadratmeter, wann die nächste Mähung stattfindet. Ja, wie viel Quadratmeter insgesamt sind. Die Karte ist schön dargestellt. Ja, es gibt hier Hinweise, falls der Roboter dann doch mal vielleicht stecken bleibt oder so. Wie gesagt, das ist bei mir nicht einmal passiert. Und ihr glaubt nicht, wie oft ich hier mit den anderen Rasenmähern zu tun hatte. Wieder den Boden gerade zu machen, den Roboter irgendwo zu befreien, sauber zu machen, weil er sich völlig verdreht hatte und völlig verdreckst war. Das alles ist bislang hier nicht einmal passiert. Die Software gibt es für Apple- und Android-Geräte. Und ja, es gibt hier auch noch so ein paar Sachen, wie zum Beispiel so ein Diebstahlschutz. Da kommt noch so ein Funkmodul rein, das man mit dem Mobilfunknetz verbunden ist. Das muss man aber separat kaufen, ist nicht dabei. Und auch derzeit noch nicht erhältlich. Das ist jetzt hier März 2024. Und da muss man dann schauen, wenn man es haben möchte, dass man sich das noch extra bestellt. Ihr bekommt dann ein Jahr lang kostenlose Daten. Und danach muss man es dann eben bezahlen. Das ist so. Der Mobilfunkanbieter will da Geld verdienen. Ja, und dann kann man es lokalisieren, falls der Roboter mal geklaut wird. Was ja durchaus passieren kann. Aber er hat auch so einen Diebstahlschutz. Er wird über PIN gesichert. Er merkt, wenn er hochgehoben wird, dass der PIN neu eingegeben werden muss. Also wer das mitnimmt, das Gerät, hat da auch nicht viel Spaß dann. Und da ist dann nicht so viel möglich, um ihn einzustalten. Und ihr seht, er kann auch Steigungen bis zu 30 Prozent schaffen. Ich habe hier so ein paar kleine Steigungen. Da muss er mal hochfahren. Das macht er wirklich wunderbar. Was ich toll finde an diesem Roboter, was bislang ich kaum gesehen habe, ist, dass der ganze Motorblock hier vorne sitzt und er in diese Richtung fährt. Hier ist die Kamera. Und er fährt eben mit den großen Rädern nach vorne weg und zieht quasi das hintere Teil hinter sich. Die anderen Roboter, die ich alle hatte, von iWork und wie sie alle hießen, die haben den immer gedrückt. Und dann ist das vordere Rad meistens irgendwo hängen geblieben. Und da war eine saudumme Sache, es so rumzufahren. Also hier klug gemacht, es andersrum zu fahren. Ja, und dann, wie gesagt, kann man den hier auch mit Wasser abspritzen, wenn man den sauber machen will. Finde ich auch eine super Eigenschaft. Der ist IP66 wasserdicht. Und das ist also auch toll, gerade wenn man da im Herbst mal oder morgens mit nassem Rasen den Meer durchfahren lassen, dann ist der meistens sehr dreckig. Und das kann man machen. Leise ist er wirklich, unfassbar leise. Man hört ihn wirklich kaum und kann wirklich daneben sitzen. Und er kann eben auch Regen erkennen. Ich bin mir hier nicht sicher, ob er einen, weil hier steht basierend auf lokalen Wetterfeuersagen, er hat also keinen Regensensor eingebaut, aber scheinbar irgendein Modul, was über das Internet die Regendaten abfragt. Das konnte ich jetzt bislang nicht beobachten. Also es hat hier eben mal so ein bisschen rumgetröpfelt, davor aber noch weiter. Also ein Regensensor selber ist nicht drin, aber trotzdem, das ist alles wunderbar auch gelöst. Das ist alles drin im Paket. Toll verpackt, toll durchdacht. Es gibt Ersatzklingen hier, die mitliegen. Habe ich bei keinem anderen bislang mitbekommen. Dann eben die Antenne, schöne Verlängerungskabel, der Stab für die Antenne, Klettverschlüsse, damit das Kabel da nicht so blöd rumhängt. Hier diese Spieße, um ihn da auch zu sichern im Boden. Also hier die Ladestation zu sichern. Auch hier die Kabel, die man alle hier mit solchen Steckverbindungen im Garten schön sauber verlegen kann, damit das Kabel da nicht rumfliegt. Und nochmal Verlängerungskabel für das Netzteil. Und natürlich eine Anleitung. Aber wie gesagt, über die App ist das alles super toll erklärt. Und schaut mal, es gibt eben zwei Modelle. Den habe ich hier für 999 Euro. Der schafft eben 500 Quadratmeter. 800 Quadratmeter ist ein bisschen teurer. Da ist dann dieser hier. Der hat einen größeren Akku und fährt öfter. Naja, gut, okay. Also das jetzt mal so von meiner Seite. Mal ein Produkt, was mich wirklich begeistert. Und was eben etwas mit meinem Leben zu tun gehabt hat. Das soll es gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, klickt gerne gefällt mir an. Ihr könnt den YouTube-Kanal abonnieren und wie immer das Glöckchen anklicken. Dann bekommt ihr alle Videos auch von YouTube angekündigt. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Vielen Dank.